Hallo! Bevor ich weiterrede, gehen wir gleich einfach weiter zum Spiel über und zwar geht weiter mit The Wolf Among Us Episode 3. Jetzt gibt es einen Rückblick, damit wir wieder wissen, was wir vor zwei Tagen gemacht haben. Unsere Geschichte war so einfach. Wir hatten ein Beginn, ein Mittwoch und ein Ende. Aber seitdem wir zu dieser wunderschönen Stadt, alles wurde so confused. Ich kann dir nichts sagen. Du kannst oder du nicht. Schnee. Ich wollte dich nur bemerksam. Ich habe fast verloren. Ich bin nicht, was du zu verlieren. Ich werde nicht mehr sein, was du für Crane zu verlieren. Sie ist wie Holly. Das ist nicht Holly. Das ist sie, Lilly. Sie war hoog, um zu bezahlen. Das ist sie. Das ist sie. Das ist sie. Das ist sie. Okay. Das heißt, das geht jetzt weiter. Das heißt, es ist der eine Wichser, ja genau, dead piece of shit, genau so. Ja, das ist der... Ich muss nur eine Schnee finden. Warum? Was ist passiert? Shit! Kräne, Sven. Bigby, calm dich. Alles wird gut sein, okay? Es wird gut sein. Will jemand das, bitte, erklären Sie mir? Ich muss es sagen, was passiert jetzt. Okay, es wird gut sein. Wo hast du sie gesehen? Sie sagte, wo sie ging? Sie hat Holly nach der Geschäftsbewegung, um zu vorbereiten für die Feinheit. Die Feinheit der Feinheit? Ja. Wie wissen Sie? Ich war gerade auf dem Trip-Trap. Und ich hörte Gren sagen, einige Leute über ein Feinheit auf der Buckingham Bridge. Trip-Trap? Sie trinken? Sie sind jetzt? Sie waren auf der Weg raus. Bigby! Wait! Was? Was? Snow... Snow's been through a lot. There are things she doesn't talk about. Just... Please be careful, when you tell her. Maybe I have to go. Just wait a second and listen. This is important. You know how you felt when you saw that picture? Well, it's going to be much worse for her. Just remember that. Okay, verstanden. Okay. Glaube ich. Mh? Tides. Wie geht es? Wie geht es? Okay, ich muss gehen, ich muss ja mal die Steuerung übernehmen. Diese Andeutung. Ich weiß, wie Sie, dass es nie wieder subside wird, aber ich weiß, dass die Erinnerung von Lilly wird, und es wird, in Zeiten... Oh, Sheriff, ich bin sorry, ich, äh, ich weiß, die Erinnerung von Lilly? Oh, um, nein, nicht wirklich. Ich bin nur gekommen, weil es, ich weiß, dass ich eine Sache hätte tun, ich weiß, ich weiß. Ich hatte Angst, dass Lilly, dass sie ein Juni bekommen haben, dass sie ein Juni bekommen haben. Und dass Holly bekommen haben, dass sie ein Juni bekommen haben. Ich wollte das auch. Und ich wollte es für Faith. Aber dann habe ich mich, Faith hat eine Geschichte, und Lilly hat sie nie gemacht. Sie hat ihre Erinnerung, und sie hat sie in der Zeit, in der Zeit, mit mir zu leben. Für ein Zeitpunkt. Also, lass Lilly haben eine bessere Schlussfolgerung. Oh, okay. Ich weiß nicht. Ich bin sorry, Lawrence. Ich weiß, Sheriff. Und danke, dass du mein Leben beschädigst. Ich weiß nicht, Sheriff. Take care. Okay? Danke. Ich weiß nicht, dass Sie sich nicht mehr über dich freuen können. Ich werde dich überraschieren. Ich werde dich überraschieren. Ich werde dich überraschieren. Holly. Bigby, ist alles okay? Nein, nicht dir. Aber es ist öffentlicher Platz? Es ist öffentlicher Platz? Was? Ich weiß nicht, was diese Weise ist. Ich weiß nicht, was diese Weise ist. Ich weiß nicht, was du hier bist. Aber dieser ist nicht auf ihm. Und warum bist du hier? Und nicht sagen, es ist weil du das interessierst. Alles okay? Ich bin hier mit Snow. Oh, wirklich? Ja, Holly, das ist wirklich ernst. Okay, okay, schau, ich und ich haben einen kleinen Chat, weit weg von der Ceremonie, okay? Schau, Holly, ich weiß, wie das... Ich weiß nicht, Holly. Ich weiß nicht, Holly. Ich weiß nicht, Holly. Ich weiß nicht, was ich hier bin. Natürlich. Wir müssen weitergehen, okay? Das ist total total fucking bullshit. Wir gehen, Holly. Es ist deinem Wunsch zu sprechen. Es ist deinem Wunsch zu sprechen. Oh ja. Oh. 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 Oh, sie sindala. Oh. Heute ist es geredet. Oh, das wiren. Oh. Scheiße. Oh. Oh, �ab san inteiro. Oh. Oh Gott. Look, let's go back to the business office. I doubt Crane's there at this hour, but we need to talk. And this isn't the place. Snow? Nerissa? What is it? I'm sorry, but Holly's asking for you. Are they starting the burn? Yes. Everyone who spoke should really be present for this part. She's kind of distraught. You're not leaving yet, are you? Two minutes. I don't mean to be... No, I understand. No, I get it. Take your time. It won't take long. How'd it go? At the motel? Did you find anything? Yeah. Lily was killed there. It was an awful mess. Oh. I'm sorry. Nerissa! Yeah. Uh... Coming! I think that wasn't as tense as well. Oh. 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 Not. Oh. Oh. Okay. So, wassit gonna be? We have a deal? You leave Crane alone, and we leave you to yours. Brother, speak your mind. Just don't hurt anyone, D. That don't sound like a yes to me. Always wanting to do things the fun way. Ladies, gentlemen, invertebrates, please, rest easy. What the hell is going on? What's happening? Very sorry to impose, but we only had a deal to work out with Bigby. And we're unhappy to report that things did not go as smoothly as planned. Bigby? What is he talking about? Never you mind that it ain't any of your... What deal? Right now. He hasn't exactly been a good sport about this. Not making our lives any easier. Okay. What did I tell you? What did I say? Holly? Think you motherfuckers can come here uninvited? You think you can just fucking interrupt Lily's funeral? Calm down, darling. It's just a simple business transaction. You fucking freaks are not getting away with this. Holly, let me handle this. Yeah, let's spare all the fuss. It's just a dead hole. I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! Shit! I got it, Dump! Oh, fuck! Oh. Oh. Oh, fuck! das okay spannend spannend ich frage mich ob die alle tot sind denn da gibt es keine charaktere mehr in dem spiel gut warte geht's Episode 3, Crooked Mile. Entschuldigung, nicht wirklich. Der Spiegel ist auch kaputt worden. Es geht nicht. Es gibt nur eine Sache, die du von allem gehst. Geh es einfach. Nicht nachdenken, mehr Kampf. Bleib aus dein Herz. Wie ist alle anderen? Sie alle machen. Sie sind gut. Ich habe alle, die sich in den Wunsch und zurückgebracht. Holly hat mich nicht zu lassen, wo sie lebten. Ich habe sie in Grendel, in der Bar, für die Zunifera und Springwater. Die Titanen, Bigby. Sie werden alles gut. Erinnern Sie, was ich gesagt habe. Die Stichungen werden nicht aufhören, wenn Sie weitergehen, wie Sie normalerweise machen. Alles in moderatung. Und, äh, mehr Fleisch. Ihre Blut-Pressure ist durch den Proverbial Ruf. Ich werde versuchen. Alles klar, dann. Sehr gut. Business Office. Ich weiß, ich werde dich zurückholen. Die Stadt beginnt zu herausfinden. Ich werde dich auch, dann. Frau White, Bigby. Also, um nachvollziehen. Hm. Krane hat mich durch die Magik-Mirror herausgefunden. Er hat seine Rune in der Öffentlichen. Und dann hat er es verletzt, damit wir es nicht selbst nutzen können. Wir wissen das, weil Bufkin in den Raftern trinkt. Hat er übernommen? Als er alle die Stichungen zusammengefunden wird, wird es leicht zu sehen, Krane. Also, ich glaube, das ist jetzt der Plan. Aber ich weiß. Das ist der Plan? Nur warten für die Mirror? Das ist alles, was wir haben gerade jetzt. Was ist passiert? Ich weiß nicht, was die Tweedles rauskommt. Ich weiß nicht, ob Krane sie sendt. Ich weiß nicht, ob... Ich meine, das wird so großartig sein, aber du wirklich glaubst, Krane hat das gemacht? Alles betrifft ihn. Ich verstehe. Aber du wirklich glaubst, er hat diese Frauen zu töten? Weil es einfach... Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Alles betrifft ihn an Krane zu murdering Lilly. Was ich auch sagen würde. Was er nicht für mich als Verlust ist. Warum würde er ihn zu töten? Es scheint nicht zu verbunden. Das ist... Das ist ein guter Punkt. Er war ein Verlust. Ein... Ein Verlust. Ein Lüger. Und ich will ihn immer für das lieben. Und ich will ihn für die... Wie er mich in seinen Gedanken hält. Aber die murdering Prostituierten... Alles okay? Da? Ja, Frau White. Ich habe mich nur auf ein Stück von Glas. Nichts zu beschäftigen. Danke für heute Abend. Das könnte wirklich schlecht sein. Ich meine, sogar schlimmer als es hat. Ich fühle mich schlecht für Holly, wirklich. Ja. Die Zeit verhindert alles. Zumindest, ich hoffe so. Für sie. Nein. Oder das war schon die Frage. Oh, jetzt ist es... Persönlich. Und... dass... vielleicht... in... some... tiny... little... bottled-up way... deep inside... you kind of... enjoy it... when things go wrong. Because it gives you an excuse to... just... y'know... f**k no, I don't intend. Are you kidding me? It's horrible what happened tonight. I wish it didn't happen. I shouldn't have said anything. Forget that I did. That's just rude. What do you mean missing a piece? The mirror can't work unless it's whole. The mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. Or what, Bufkin? What? We sit around and wait until it mends itself? We have no idea how long that will take. We're just gonna have to do this the hard way. I'm just saying. Waiting is an option. No. What exactly is the hard way? We'll look through his things. His desk. Everything. He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak but he was never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. We can still solve this ourselves. I know that... Never mind that. Come help me look. Okay, let's look around. Okay, we'll look around. Okay, let's look around. I still haven't told you what's in there. I want to know. Crane was paying Lily to live out of fantasy. Of him and you together. Forgive me if I spare you the details. I keep thinking back. I keep replaying moments in my head. Interactions with him when he catch me in the elevator. Or bump into me outside. There's only so much you can repress, you know? So now you couldn't have known. No, I could have. Come on, let's keep looking. I can read it. I can read it. I can read it. So again, the thing is important. It was important. It was not important. Okay, da geht es um die Klimatisierung, also nicht wichtig. Haha, Mr. Toad. Gut, brechen wir halt einfach die Lade auf und schauen uns an, was in diesem Buch drin entsteht. Okay. Haha, haha. Und dann hung ich auf. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich setze mich auf 2 a.m. Wenn ich mich aufhören kann. Oh, es kann nicht sein, Frext. Es ist ein Stück. Das ist kein Problem von Bluebeard, Bigby. Kein von meinem BUSINESS?! Crane ist der Mörderer. Er hat es gelesen. Es scheint, dass er dein jeden Fall verletzt hat. Und jetzt ist das kein Problem? Wir wissen nicht, ob er ist der Mörderer. Oh, bitte. Natürlich ist er. Schau, das ist einfach nicht der Zeit. Er hat ein Stück der Mörder genommen, damit wir ihn nicht nutzen können. Die einzige Sache, die wir wissen, ist, dass Crane wird eine Witch auf 2 Uhr sehen. Ha 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 ha. Ich meine, wer hat dich in charge in der ersten Runde? Fixieren die Mörder war das wichtigste. Du bist ein Sekretärin. Er ist der Scheretz. Und keine von euch haben entschieden, um dieses Office zu gehen. Wer hat diese Entscheidung wählt? Wer hat diese Entscheidung wählt? Nein, ich habe das gemacht. Ich habe das nicht offiziell gemacht, für Jahre. Ich gehe auf die Investition, okay, Bluebeard? Das macht das ein Punkt. Und jemand braucht das Office zu gehen, während er so macht. Nun, dann! Entschuldigung, dass ich die Commonwealth in mind habe. Okay, wir schauen uns einfach auf der Brightseid. Wir wissen, Crane wird die Witch die ihm die Schmerzen erinnert. Dank mir. Und... ... das wird da sein, also. Das wird uns ein paar kurze Zeit, um zu wissen, wer es ist und wo sie leben, um zu sehen. Und ein paar kurzer Zeit, die mehr du über das schmerzen kannst. Wir haben nicht diejenigen über die schmerzen. Ja, ja. Nur in die Richtung, du willst mir zu schauen, zuerst. Als Lilly benutzt die Glamour, sie hätte wissen, wer die Witch war. Und ich glaube, Holly hat sie noch nicht verraten. Es wäre wahrscheinlich die Adresse, oder ein Telefonnummer, oder so. Und Bigby ist frei zu gehen, wenn er mag. Aber ich denke, die Frage, du solltest, was die zwei Tweedler wissen. Es ist egal, was sie wissen. Es ist egal, was sie wissen. Nachmittag, sie niemals zu gehen. Sie sind nicht smart genug, zu versuchen, zu gehen. Die Trip-Trap ist die bessere Option, um die Witch zu schmerzen. Das muss unser Fokus sein. Schmerzen sind, dass ich beide beide schmerzen. Nein. Schmerzen sind, dass du Zeit nicht mehr hast. Ich bin wirklich egal, was ich mache. Ich gehe zu sein. Ich gehe zu sein. Was? Du kannst nicht nur da oben. Ich gehe zu sein. 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 Ich habe genug Zeit, ich habe ihn zu viel Zeit, zu sehen. Ich werde ihn nicht mehr verletzieren. Ich werde ihn nicht mehr verletzieren. Du kannst nicht alleine sein. oder? Ich habe keine Interesse in den Tragen, mein Lieber. Das ist das, was Sie interessiert. Was mich interessiert, ist, dass du mit von möglichen Zeichen zu verletzieren. Oh. Das ist Zeichen. Das ist ganz schön. Es ist das, was ich weiß. Ich habe ihn nicht mehr verletzieren. Es ist lieber mit der Okay. Okay. Okay, dann... schau ich mal wegen... Find the witch, okay. Okay. Ich würde sagen, wir schauen... Ich würde sagen, wir schauen... Wow, das ist... Ich glaube, die, die ist da... Die, die... Zwillinge... Entweder Crane oder... Ich glaube aber nicht, dass der wirklich da ist. Kann ich mir das vorstellen. Sammeln wir... Sammeln wir Beweise. Oder Informationen meine ich. Perfekt. Und ich gehe nach Crane's Apartment. Ich werde mit dir nachher schauen. Ich hoffe, dass ihr wisst, was ihr macht. Helsing kann ich natürlich nicht. Genau. Bei mir... Böden... Ja da drin... Ja, mal von!